Okay, Silexer. Bitte erinnere mich um 9 Uhr, dass ich das Raumschiff, ähm, die Wohnung verlassen muss. Erinnerung um 9 Uhr vermerkt. Danke. Gern geschehen. Ganz schön praktisch, diese Sprachassistenten. Fast so, als würde man in der Zukunft leben. Aber wie funktionieren sie eigentlich? Und was sind ihre Vor- und Nachteile? Zunächst ist es natürlich sehr nützlich, das Internet freihändig zu bedienen oder den Alltag mit den digitalen Assistenten zu organisieren. Zudem lassen sie sich jederzeit spontan nutzen und sind intuitiv zu bedienen. Okay, Silexer. Bitte spiel mein Lieblingslied. Und für manche Menschen sind sie auch ein wichtiger Zugang zur digitalen Welt. Also was könnte man an so einem cleveren Helfer schon kritisieren? Nun, wenn man versteht, wie sie funktionieren, werden auch die Nachteile sichtbarer. Eines haben alle Geräte gemeinsam. Zunächst warten sie permanent auf ihr Schlüsselwort. Damit das funktioniert, müssen sie ständig ihrer Umgebung zuhören. Okay, Silexer. Brauche ich heute einen Regenschirm? Erkennt die eingebaute Spracherkennung das Schlüsselwort, werden alle folgenden Wörter aufgezeichnet und durch das Internet zu einem Computer des Herstellers geschickt. Dort wird der Befehl interpretiert und die Antwort zurück an das Gerät geschickt. Nein, du brauchst heute keinen Regenschirm. Diese Funktionsweise kann natürlich ein Risiko für den Schutz persönlicher Daten darstellen. Denn die Aufzeichnungen verraten viel über uns. Vor allem, weil sie in unserem privaten Umfeld mitgeschnitten werden. Und da ist es kein Zufall, dass es zum Geschäftsmodell der beiden größten Anbieter gehört, möglichst viele private Daten zu sammeln, um gezielt Werbeplätze zu verkaufen und die eigenen Geschäftsmodelle zu verbessern. Manchmal verhören sich die Sprachassistenten und ein anderes Wort wird fälschlicherweise als Schlüsselwort für die Aufzeichnung verstanden. Und was macht es mit uns, wenn wir immer damit rechnen müssen, dass jemand zuhört? Im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Datenskandalen können wir niemals wissen, was in Zukunft mit unseren Daten passiert und für welche Zwecke sie eingesetzt werden könnten. Das Risiko eines Missbrauchs unserer persönlichen Daten ist also nicht sicher auszuschließen. Leider lassen sich auch nicht bei allen Geräten die Mikrofone per Knopfdruck richtig abschalten. Solange sie Strom haben, besteht die Möglichkeit, dass sie durch Dritte manipuliert werden können, um uns dann doch unbemerkt zuzuhören. Darüber hinaus sind die Systeme bisher nicht besonders kinderfreundlich. Kinder erhalten teilweise nur unbefriedigende Antworten und können auch auf nicht altersgerechte Inhalte und Dienste im Internet zugreifen. Im Unterschied zu der Textsuche im Internet werden bei der Nutzung der Sprachassistenten nur die ersten ein bis zwei Treffer genannt. Zufallsfunde und Alternativen verschwinden dadurch aus der Wahrnehmung. Zusammenfassend kann man über Sprachassistenten sagen, sie sind einerseits hilfreich, faszinierend und leicht zu bedienen. Für den Schutz unserer persönlichen Daten aber andererseits ein unkalkulierbares Risiko. Mehr Infos über die Vor- und Nachteile und Tipps zum sicheren Umgang gibt es unter diesem Link. Mehr Infos über die Vor- und Nachteile und Tipps zum sicheren Umgang wird es unter diesem Link. Vielen Dank.